Zum ersten Mal in ihrer Geschichte treffen die Schweiz und Katar in einem Spiel aufeinander. Es ist nur ein Testspiel. Für die Schweizer geht es darum, positive Energie zu tanken vor dem wichtigen Nations League-Spiel am Sonntag gegen Belgien. Die Schweizer in den roten Trikots, der Favorit gegen Katar. Und mit der ersten richtig guten Chance, Gavranovic verpasst in der Mitte. Und das auch nur, weil er es wunderschön mit der Hacke machen möchte. Zuvor zweimal kein Abseits und dann muss Gavranovic, der Spieler von Dynamo Zagreb, das eigentlich machen. Felix Sanchez, sein Team defensiv gut eingestellt. Und nach vorne zum ersten Mal gefährlich in der 23. Minute. Afif, super Parade von Vugu und dann macht Katar nicht das 1 zu 0. Also nach Torchancen 1 zu 1 in dieser Partie. Zuvor super Vorarbeit von Alhaidos. Afifs Schuss ziemlich gut, die Parade fast besser. Und wenn Afif den dann über Vugu hebt, steht es hier vielleicht 1 zu 0, weil Ali nicht rankommt. 36. Minute lang. Innenpfosten. Die beste Chance der Schweizer. Der Ball noch heiß. Zuber. Und dann der Ball im Aus. Die Schweizer hatten Probleme gegen den Weltranglisten 96. Das natürlich mit Abstand. Die beste Chance der Schweizer. Ansonsten wenig von den Eidgenossen. Das Team von Wladimir Petkovic weit unterm Limit. Das 0 zu 0 eigentlich leistungsgerecht nach der ersten Halbzeit. Zur zweiten Hälfte hat Petkovic viermal gewechselt. Unter anderem hier Shaqiri. Und da ist Fasnacht. Wieder Aluminium. Aber wieder haben die Schweizer ihren Meister gefunden. Und mit den Wechseln kam auch endlich mal Schwung ins Schweizer Spiel rein. Es war eigentlich nur eine Frage, bis das Team von Petkovic in Führung gehen sollte. Aber schon Minute 78. Es gelang einfach nicht. Und dann Ayeti. An sich ein guter Kopfball vom Spieler des FC Basel. Aber immer noch nicht. Vom Glück geküsst die Schweizer. Und Katar in Hälfte 1 gefährlich. In Halbzeit 2 nicht mehr so. Aber dann diese Aktion. Afif ist durch. Kein Abseits. Gegen den Leipziger Wugu. Und er bleibt ganz cool. Katar 1 zu 0. Die Mini-Sensation ist perfekt. Zuvor kein Abseits von Afif. Und der bleibt dann ganz cool. Macht das ganz routiniert. Er der Hoffnungsträger für die Weltmeisterschaft 2022. Zuvor der Fehler von Gibrilso. Und Katar gewinnt tatsächlich. Gegen die Schweiz. Gegen den Weltranglisten achten. Mit 1 zu 0. Ein Achtungserfolg. Für die Mannschaft von Felix Sanchez. Und für die Mannschaft von Wladimir Petkovic. Sicherlich kein Erfolgserlebnis von dem Spiel gegen Belgien.